Die deutsche Wirtschaft wird in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen. Das erwarten die Volkswirtinnen der Deutschen Bundesbank in ihrer aktuellen Prognose für die deutsche Wirtschaft. Im Winterhalbjahr 2021-2022 bremsen pandemiebedingte Einschränkungen und Lieferengpässe noch die Wirtschaft. Ab dem Frühjahr 2022 nimmt die Konjunktur aber wieder kräftig Fahrt auf. Vor allem der private Konsum könnte erheblich zulegen. Zudem gehen die Expertinnen der Bundesbank davon aus, dass sich die Lieferengpässe bis Ende 2022 auflösen. Die Exporte würden dann durch Auf- und Nachholeffekte vorübergehend einen starken Schub bekommen. Demnach wächst das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr kalenderbereinigt um 2,5 Prozent. Im Jahr 2022 legt es um gut 4 Prozent und 2023 um gut 3 Prozent zu. Erst 2024 geht der Zuwachs auf etwa 1 Prozent zurück. Die Inflationsrate steigt im laufenden Jahr kräftig an, auf voraussichtlich 3,2 Prozent. Grund dafür seien nicht nur Sondereffekte wie die ausgelaufene Mehrwertsteuersenkung, so die Fachleute. Vielmehr habe sich unter anderem auch Energie stark verteuert und die Kosten für Vorprodukte hätten erheblich zugenommen. Dies führe dazu, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr sogar auf 3,6 Prozent steige. Mit 2,2 Prozent bleibt die Inflation auch 2023 und 2024 vergleichsweise hoch.